Yo Leute, heute für euch 5 schnelle Fakten über Kosovo. Viel Spaß! Kommen wir zu Nummer 1. In Kosovo wird die Industrie von Bergbau, Energie, Chemie, Textil und noch einigen weiteren Dingen geprägt. Im Bergbau wird Erzkohle, Blei, Zink und Lignit gefördert. 13% der Bruttoeinnahmen in Kosovo entstehen durch Landwirtschaft. In Kosovo wird nämlich Treide, Tabak, Kartoffeln, Tomaten und vieles mehr angebaut. Wie in Deutschland gilt auch in Kosovo der Euro als Währung. Und das obwohl Kosovo nicht zur Europäischen Union gehört. 2012 lag die Arbeitslosenquote in Kosovo bei 42%. In den letzten 10 Jahren ist sie jedoch um 18% gesunken. Das liegt vermutlich daran, dass jedes Jahr rund 40.000 Menschen dazukommen, die arbeiten. In Kosovo gibt es etwa 2000 Kilometer Haupt- und Landstraßen, die sehr gut befahren sind. 2011 wurde zum Beispiel eine Autobahn von Pristian nach Pritzrin eröffnet. Yo Leute, das war's für heute. Wenn's euch gefallen hat, gebt gern einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao!